Was mir hier richtig gut gefällt, ist der Stoff. Willkommen! Mein Name ist Ulz Reinhardt von Profishnap.de und ich zeige Ihnen heute ein Koinor Sofa LEMY L-E-M-Y als Dreisitzer in Stoff Q2 20 Sky 30 Graumilliert. Q2 Stoff heißt 100% Kunstphase, obwohl man das gar nicht spürt. Das fühlt sich jetzt an wie ein Wollstoff, ist aber keiner. Vorteil, die Faser, die Kunstphase ist ummantelt und damit können Sie mit Wasser und Seife fast alle Flecken rausbekommen. Und das ist natürlich schon ein Ding. Und Sie haben das Gefühl, Sie sitzen weich und wohlig auf einem Baumwollstoff. Klasse, wie das Rohleder, das es der Hersteller macht. Q2 Stoff ist sehr teuer, aber sehr hochwertig. Ich habe hier jetzt einen Dreisitzer, der nur einfach geteilt ist, mit 2,25 Meter, wenn die Armlehnen hochgeklappt sind. Sie haben einen feinen Rasterbeschlag, so ist es 2,25 Meter und maximal, wenn Sie hier runtergehen, ist es 2,50 Meter. Also ein schönes, großes Sofa, wo Sie auch wunderbar so liegen können. Finde ich gut. Der Rücken ist gut, ist etwas höher, wirkt natürlich dadurch etwas größer, das Sofa. Sitzkomfort ist eher mittel, nicht zu fest, nicht wie Schillig fest und hart, sondern eher ein bisschen softer, aber mit guter Unterstützung. Hier haben Sie eine Nossackunterfederung mit Kaltschaumpolsterung und eine Wattierung obendrauf, damit es kuscheliger wirkt. Sehr schön. Tolles Sofa, wirkt natürlich etwas blockiger. Brauchen Sie etwas mehr Platz, bitte nicht in einen kleinen Raum einsperren. Wenn Sie Platz haben, ist LEMI das Richtige für Sie. Und wir haben ein Schnäppchen bekommen, nämlich dieses hier. Das ist ein EDV-Fehler. Es wurde nämlich die Rückenfunktion, die es normal auch noch gibt mit Verstellung, die wurde vergessen. Und so kam das Stück ins 1B-Warenlager und von dort zu uns. Nämlich Preis ist bei Coino inzwischen schon ein Thema. Das Ding kostet zwischen 2.500 und 3.000 Euro und bei uns 1.290 Euro plus Versandkosten. Sie können es natürlich immer kostenlos abholen, hier in 72186 Empfingen, profischnab.de. Ihr Online-Outlet für Marken Sofa sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Produkt oder zu anderen Produkten, können Sie via profischnab.de mit mir chatten oder Sie rufen mich an oder Sie schicken mir ein E-Mail oder Sie kommen hier live vorbei. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lutz Reinhardt von profischnab.de.